Smith. Der Silver! Oh, oh, der tut weh. Der tut weh. Was für ein fettes Ausrufezeichen da. Und der Lauf der Albatrosse, er wächst und wächst und wächst. Jetzt muss man, Siegmann gegen Evans. Oh, schöner Pass. Comacchi stopft das Ding. Geduldig gespielt von Alba, fast schon zu geduldig. Plus 10 die Führung. Guter Auftritt von Alba Berlin. Eine klare Würfe. Auch hier unter Druck, aber gut gelöst von Duren. Und der Block von Comacchi. Gegen Schakar, Adam. Der ist zum Dank hochgegangen. Und dann wird er weggefegt. Von Moral. Langsam wird Zeit. Klasse behind the back pass von Luke Sittmar. Legt auf für Jonas Matissek. Zum erfolgreichen Dreier. Der Ballbesitz für die Griechen. Stark von Sittmar. Also der ist gleich wieder auf Betriebstemperatur. Nach der Pause. Matisse. Matissek. Mit dem Alley-Huperspiel für Comacchi. Den kann man für sowas natürlich wunderbar einladen. Einfach macht's gut. DKW. Das kann Bank. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport. DKW. DKW.